hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir haben freitag und 16 dezember 2022 wir öffnen noch heute vom adventskalender und beginn macht natürlich hier der erste penny adventskalender und wie es so ist hier da ist die 16 da geht es los und es kommt ein engel zum vorschein bei den zweiten penny adventskalender 16 geht jetzt auch das tüchen auf und da kommt mensch augenwert wie gesagt zum vorschein kurze unterbrechung irgendwie wollte die videoaufnahme nicht weitergehen also wie gesagt hier bei den minions ist es so und dann gab es sowohl im aldi als auch ein pinnchen hab mal beim penny geholt und da ist die 16 ganz klar ein stern kommt zum vorschein bei dem kauflanderwentskalender müssen wir natürlich runter gehen da unten ist ein schneemann kommt zum vorschein wie gesagt bei dem häusler adventskalender müssen wir hier zur seite gehen es ist ein hund nur frage ich mich was hat der mit weihnachten zu tun hier bei dem adventskalender den ich im aldi ja geholt habe ist da die 16 kommt jetzt was zum vorschein war ja klar das ist das stern ist damit sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns dann morgen